Ja, wir wollen noch einmal beten zusammen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Güte und bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, Herr. Wir sind so angewiesen auf deinen Geist, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns reinigst, dass du uns richtig ausrichtest, Herr. Es sind so viele Gedanken unterwegs, Herr. Wir hören so viel in den Nachrichten. Wir kriegen so viele Infos über irgendwelche Kanäle, Jesus. Und ja, das alles hat keinen Bestand. Das Wort des Herrn, das bleibt in Ewigkeit. Und hilf du uns, dass wir uns auf dein Wort jetzt konzentrieren können, dass wir dein Wort wirklich in uns aufnehmen, aufsaugen können, dass es uns unsere Gedanken reinigt, unsere Herzen reinigt und richtig ausrichtet, Herr. Wir brauchen dich so sehr, gerade in dieser Zeit, Herr. Danke, dass du da bist. Danke, dass du, ja, dass dein Geist immer noch spricht. Danke, dass noch Gnadenzeit ist. Danke, dass wir zu dir umkehren können. Und bitte zieh du unsere Herzen zu dir und segne jetzt dein Wort, Herr. Amen. Ja, Geschwister, ist alles nicht so einfach hier mit der ganzen Geschichte hier. Für euch auch nicht. Ihr müsst das hier ertragen, wie wir hier uns abstümpern. Aber seid geduldig mit uns. Wir versuchen das dann auch zu verbessern, soweit es möglich ist. Ich habe ja auf dem Herzen gehabt, irgendwie in der Vorbereitung, dass wir doch uns einen anderen Text angucken heute und nicht in die Sprüche gehen. Schlagt mal bitte auf, Römerbrief, Kapitel 8 und Vers, wir steigen ein in Vers 15. Paulus schreibt, Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und mit erben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir lesen, dass Paulus davon spricht, dass wir einen Geist empfangen haben. Was meint er damit? Wir haben einen Geist empfangen, als wir Christen wurden. Jesus spricht davon im Johannesevangelium. Und wir lesen einfach mal so ein bisschen ein paar Verse aus dem Johannesevangelium, was Jesus dazu sagt. In Johannes 7, Vers 37 kündigt er das an, diesen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Johannes 7, Vers 37 An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus und rief und sprach, Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das, was Jesus hier sagt, ist vor seinem Leiden, vor dem Kreuz, vor seinem Tod, vor seiner Grablegung und vor seiner Auferstehung in Herrlichkeit, vor seiner Himmelfahrt, vor dem Tag, wo er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Jesus war noch nicht verherrlicht. Die Verherrlichung, von der Paulus auch spricht, sie hängt zusammen mit Jesu Leiden. Paulus sagt es so, Darum hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit sich im Namen Jesu beuge jedes Knie, was über der, von jedem Wesen, was über der Erde ist, im Himmel ist, was auf der Erde ist, was unter der Erde ist, überall, egal wo es auch immer irgendwelche Wesen geben mag, die von Gott geschaffen sind. Andere Wesen gibt es nicht. Alle diese Wesen werden sich beugen vor Jesus. Und warum ist ihm dieser Name gegeben worden? Warum ist ihm diese Position gegeben worden? Darum, sagt Paulus in Philippa 2. Warum? Weil er seine Gottgleichheit nicht festhielt, so wie ein Räuber seine Beute festhält und sie nicht mehr loslässt, sondern er hat es losgelassen. Er war in allem Gott gleich und doch wurde er wie ein Mensch, so wie wir. Warum hat er das getan? Aus Gehorsam gegenüber seinem Vater. Und er war Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Aber warum ist er diesen Weg gegangen? Um uns Menschen zu erretten, um uns zu erlösen, um uns dahin zu führen, das zu sein, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat, seine Kinder. Jesus ist der verherrlichte Sohn Gottes, der König, der Könige, der Herr aller Herren. Er hat diesen Namen von Gott empfangen. Warum? Aufgrund seines Leidens für uns. Sein Leiden, sein Sterben für uns hat ihm diese Herrlichkeit eingebracht. Und er sagt hier, dass diejenigen, die an ihn glauben werden, wenn er denn verherrlicht ist, wenn er dieses Leiden durchlitten hat, wenn er gestorben ist für uns, für unsere Sünde, wenn er dann auferstanden ist in Herrlichkeit, diejenigen, die an den Gekreuzigten und Auferstandenen Jesus als den Christus Gottes, als den Herrn, als den Retter glauben, die ihr Leben vertrauensvoll in seine Hand legen, sie sollen den Geist empfangen, den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Das ist dieser Geist, von dem Paulus spricht. Den Geist der Sohnschaft. Was meint Paulus mit diesem Geist der Sohnschaft? Was bedeutet das? Das Wort, was hier verwendet wird im Griechischen, ist das Wort Hyos. Es gibt zwei Begriffe für das Wort Kind oder Sohn. Einmal das Wort Hyos, das ist das Wort, was die Stellung bezeichnet. Ein Hyos, ein Sohn zu sein, heißt, dass du Erbe bist, dass du diese Position des Sohnes, des Hauses hast, dass du vielleicht im Herrscherhaus der Thronfolger bist. Das sind deine Rechte und Vorrechte, die das beinhaltet, dieser Begriff. Der Geist der Sohnschaft. Jesus wird immer als Sohn Gottes bezeichnet. Er hat diese Position inne. Und wir haben seinen Geist empfangen. Wir sind dadurch auch Kinder Gottes und haben diese Position inne, die Jesus hat. Wenn wir gereinigt von unserer Sünde, durch das Blut Jesu, durch den Glauben an sein Blut, durch die Vergebung, die wir empfangen, wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen, dadurch werden wir gereinigt, zu Kindern Gottes gemacht, durch den Geist, den er in uns hineinlegt. den er in uns hinein haucht, wie wir das dann im Johannes-Evangelium lesen. Im Johannes steht, dass in, wir lesen noch einen Vers, in Kapitel 14, Vers 17, verheißt Jesus den Jüngern auch den Geist, den Heiligen Geist. In Vers 16 sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist, in Ewigkeit. Einen, der, einen Helfer, einen, der euch zur Seite steht. Einen anderen, das heißt nicht irgendetwas anderes, sondern einen wie mich, bedeutet das, was dort im Urtext eigentlich steht. Einen von der gleichen Sorte wie mich. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Diesen Heiligen Geist hat nicht jeder Mensch empfangen. Die Welt kann diesen Heiligen Geist nicht empfangen. Sie hat ihn nicht in sich. Den Heiligen Geist empfängt derjenige, der sein Vertrauen in Jesus Christus setzt, der sein umkehrt von seinem gottlosen Weg, zurückkehrt zu Gott, seine Sünde bekennt, ihn als seinen Herrn annimmt, ihm vertraut, dass sein Opfer am Kreuz alle Sünde getilgt hat. Derjenige, der das Evangelium glaubt, empfängt den Heiligen Geist in sich, den Geist Gottes, den Geist der Sohnschaft. Und wenn du glaubst an Jesus Christus, heute, an diesem Tag, wenn du dich entscheidest, ich möchte diesen Geist der Sohnschaft, ich möchte nicht mehr im Geist der Furcht leben. Ich möchte nicht mehr von dem Geist dieser Welt bestimmt werden. Von dieser Gottlosigkeit, von dieser Maßlosigkeit, von diesem Getriebensein, von dem Materiellen. Ich will nicht mehr von diesem Geist der Welt bestimmt werden, der in Angst lebt. In der Angst vor dem, was kommen mag. Und letztendlich, Hebräerbrief sagt uns, dass wir Menschen alle in einer tiefen, tiefen Angst leben. Die meisten von uns können das sehr gut überspielen oder verdrängen das. Aber wir alle leben in der Angst vor dem Tod. Wir leben alle in der Angst vor dem Gericht. Der Tod ist uns bestimmt. Wir kommen da nicht drum rum. Aber wir beschäftigen uns nicht damit. Weil das ist zu krass. Wir beschäftigen uns nicht damit, was das alles für uns bedeutet. Nein, wir bleiben lieber schön im Hier und Jetzt und machen uns dicht mit allem Schönen und Guten, was es hier so auf dieser Erde gibt. Und denken nicht daran, was morgen kommen mag. Wir machen unsere eigenen Pläne. Wir leben in einer Illusion. Und das wird uns in diesen Tagen so deutlich. Wir leben in einer Illusion, dass wir alles im Griff haben. Wir leben in der Illusion, dass wir unser Leben meistern. Und irgendwie kriegen wir es nicht hin. Und wir merken es. Wir merken es jetzt auf eine besondere Art und Weise. Und da gibt es etwas, was dich retten kann. Aus dieser Todverfallenheit, aus dieser Sinnlosigkeit, aus diesem Getriebensein. Es gibt etwas, was dich freimacht. Das ist Jesus Christus. Es ist der Retter, der gekommen ist, um dich zu erlösen, um dich frei zu machen. Und wenn du dein Herz öffnest für den Glauben und sagst, ja, ich will glauben, ich will mein Vertrauen jetzt auf Jesus setzen, dann empfängst du den Geist der Wahrheit. Du empfängst den Geist Gottes, den Geist der Sohnschaft. Er war in dem Moment noch nicht in den Jüngern. Jesus sagt, er wird in euch sein. Der Tag kommt, dann wird der Heilige Geist in euch sein. Paulus spricht dann später von der Versiegelung. Es ist wie ein Siegel auf deinem Leben. Der Heilige Geist. Paulus spricht auch von der Vorauszahlung. Es ist sozusagen die Vorauszahlung auf ein Erbe. Der Heilige Geist in dir ist so kostbar. Weil er nicht ein Geist der Angst ist, der Furcht. Sondern, Paulus sagt in 2. Timotheus 1, Vers 7, ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Der Heilige Geist. Ihr werdet ihn empfangen, sagt Jesus. Und dann lesen wir das in Johannes 20, Vers 22, wie sich das erfüllt. Nach seiner Auferstehung in Herrlichkeit erscheint Jesus den Jüngern, als sie sich vor Angst versteckt haben. Sie haben sich eingesperrt. Vor Angst. Dass sie sterben müssen. Dass sie gefoltert werden wie Jesus. Und sterben müssen. Und dann geht Jesus mitten hinein in ihr Gefängnis der Angst und sagt, Friede sei mit euch. In Johannes 20, Vers 20. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist. Das war der Moment, als die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben. Als sie den Auferstandenen gesehen haben. Und ihr Glaube, ihr Vertrauen auf diesen Jesus gesetzt haben, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Da war ihr Glaube endlich da. Da, wo sie vorher so oft so viel gezweifelt haben. Da, wo sie verzweifelt sind nach der Kreuzigung. Ist ihr Glaube plötzlich ganz groß geworden, als sie den lebendigen Herrn gesehen haben. Und Jesus lebt. Das ist die Botschaft, die wir haben. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben als Christen. Wir haben den Geist Gottes empfangen. Und du kannst ihn auch empfangen, wenn du ihn noch nicht empfangen hast. Du kannst den Geist der Sohnschaft, du kannst ein Kind Gottes werden. Gottes Herz ist offen, Gottes Arme sind offen. Heute noch. Dass du dazukommst, dass du Teil der Familie Gottes wirst. Dass du diesen Heiligen Geist empfängst. Den Geist der Sohnschaft. Lass uns doch mal zurückkehren zu Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Und das ist sozusagen eine Erinnerung an die Christen, an diejenigen, die den Geist empfangen haben. Hey, warum fangt ihr an, in dieser Bedrängnis euch zu fürchten? Besinnt euch auf das, was Gott euch gegeben hat. Gebt dem Geist Gottes Raum in euch. Lasst euch vom Geist Gottes leiten, nicht von eurem Fleisch, von dem alten Menschen, der in dieser Furcht immer noch lebt, der immer noch bedrängt ist, der sich immer noch verunsichern lässt. Jesus sagt es so in Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst. Und das ist für uns ein Trost. Wenn wir Angst haben als Christen, dann nehmen wir diesen Vers und dann tröstet uns das, weil wir sehen, naja, ich habe zwar Angst, aber Jesus sagt ja, dass wir in der Welt Angst haben. Also bin ich ja nicht falsch. Bin ich ja nicht verkehrt. Jesus verurteilt uns nicht, wenn wir Angst haben. In der Welt habt ihr Angst, sagt er. Aber wir müssen hören, wie der Vers weitergeht. Aber lasst euch trösten. Lasst dich trösten. Bleib nicht in der Angst. Jesus kommt zu dir und sagt, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Lass dich trösten. Sei kein bockiges Kind, das sich nicht trösten lässt. Das auf seiner Angst beharrt. Ich habe ja guten Grund zur Angst. Es ist ja auch alles so schrecklich. Aber wir haben kein Geist empfangen, wieder zur Furcht. Kein Geist der Knechtschaft. Wir sind nicht mehr Knechte dieser Welt. Wir sind nicht mehr Knechte der Sünder. Wir sind nicht mehr Knechte des Teufels. Wir sind nicht mehr Knechte der Todesangst. Sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Wir sind Kinder Gottes. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Du hast Angst? Okay, dann lass dir von Jesus sagen. Sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist Jesus. Das ist sein Geist in dir. Lass dieser Stimme Gottes in dir Raum. Ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Wisst ihr, der Geist Gottes ist vor allen Dingen ein Geist des Flehens und des Gebetes. So wird er beschrieben in Zachariah. Der Heilige Geist ist derjenige, der in uns und uns dazu ermutigt, der in uns ruft und der uns ermutigt zu rufen, aber Vater, der uns bewegt zum Gebet hin. Das ist der Heilige Geist. Lass diesem Geist Raum in deinem Leben, dass du anfängst zu beten und dass du mehr betest, dass du Gott anbetest, deinen Vater, dass du intime Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel pflegst. Pflegen ist doch ein schönes Wort. Gemeinschaft pflegen. Die Gemeinschaft genießen. Und das tust du im Gebet, indem du den Geist Gottes Raum lässt und dich treiben lässt vom Geist Gottes. Und wie gesagt, der Geist Gottes ist vor allen Dingen einer, der dich treibt zum Gebet, zur Gemeinschaft mit deinem Vater. Paulus sagt, betet alle Zeit. Er sagt gerade zu uns Männern, die wir so betfaul sind. Wir haben so tolle Bet-Schwestern, aber wir haben ganz viele faule Bet-Brüder. Deswegen sagt Gott in seinem Wort, ich will aber vor allen Dingen, dass die Männer an allen Orten beten. Da, wo du jetzt gerade bist, da sollst du beten, in deinem Haus. Du sollst dich nicht schämen vor deiner Familie, vor deiner Frau, vor deinen Kindern, dass du ein Beter bist, dass du Gott liebst, dass du sein Kind bist, dass er dein Vater ist. Das ist nicht lächerlich. Das ist das Beste, was dir passieren konnte, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist das Beste, was jedem Menschen auf dieser Erde passieren kann, ein Kind Gottes zu sein. Wir haben diesen Geist empfangen. Lass diesem Geist Raum im Gebet. Rufe aber, Vater, mein Vater. Er ist dieser wunderbare, herrliche Schöpfergott, der alles gemacht hat. Er ist dein Vater. Du bist sein Kind. Wisst ihr, und das verändert alles. Das verändert die ganze Situation. Und darum geht es, Paulus, in den folgenden Versen auch. Es verändert alles. ob Gott für dich ist oder gegen dich. Wenn Gott für dich ist, sagt Paulus später hier im Kapitel, wer kann dann gegen dich sein? Es kommt alles darauf an, ob du ein Kind Gottes bist, ob du den Geist der Sohnschaft empfangen hast oder nicht. Und wenn du ihn empfangen hast, dann gib ihm Raum. Dann lass dich von ihm leiten. Dann höre auf ihn und rufe zu deinem Vater. Bete. Geschwister, die Leute, was machen die Leute in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern in dieser Zeit, wo sie zu Hause sitzen? Sie gucken sich ein YouTube-Video nach dem anderen an. Mit allen möglichen und unmöglichen Theorien. Warum, wieso, das Coronavirus jetzt alle möglichen irdischen Theorien, alle möglichen spirituellen, geistlichen Theorien, alle möglichen Theorien, die das eine und das andere vermischen. Geschwister, wir sollten mit dem Kontakt aufnehmen, der alles weiß. Der wirklich alles weiß. diese Videos, die suggerieren dir, dass sie Bescheid wissen, aber die wissen nichts. Auch unsere Regierung und die ganzen Wissenschaftler, sie tappen alle mehr oder weniger stark im Dunkeln. ja, da ist vielleicht die eine oder andere Erkenntnis. Aber das hilft uns alles nicht weiter. Geschwister, lasst uns das auch echt. Ich möchte euch wirklich ermutigen, alle Geschwister der Gemeinde, wenn ihr irgendwelche Videos bekommt, irgendwelche Nachrichten, sei es, dass das Coronavirus viel schlimmer ist, als wir je gedacht hätten oder dass ihr eine Nachricht kriegt, die genau das Gegenteil behauptet, das ist völliger Humbug, das ist völlig lächerlich hier, was hier alles abgeht. Schmeiß das weg. Ja, und schick das nicht weiter. Das hilft uns nicht. Wisst ihr, wir sind Kinder Gottes. Die Nachrichten, die wir weitergeben, das sind die guten Nachrichten von Jesus. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist das, was wir weitergeben können. Wisst ihr, wir können keine Hoffnung darin finden, in irgendwelchen komischen Nachrichten, in irgendwelchen Erkenntnissen, die irgendwelche Wissenschaftler haben. Da finden wir keinen Frieden drin. Wir finden Frieden in Christus und nirgendwo anders. Und wenn es darum geht, um die Frage, wie soll ich mich denn jetzt verhalten, da sagt Gott uns auch ganz klare Dinge, ganz schlichte, einfache Wahrheiten. Wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, dann folge dem Geist Gottes und der Geist Gottes sagt, ordne dich einfach der Regierung unter. Mach das einfach, was die sagen. Das ist dir nicht zum Schaden. Ja, es tut weh, es ist mühsam, es ist anstrengend, man muss auf einiges verzichten. Aber, okay, wenn die das jetzt so sagen, ich will ein Mensch sein, der nicht zerstört oder hindert oder unterwandert, konspirativ irgendwie arbeitet, dagegen hält, sondern ich will unterstützen, ermutigen. Und letztendlich, die müssen es am Ende vor Gott verantworten, nicht ich. Sie haben diese Position von Gott bekommen, sie sind eingesetzt als Regierung. Ich muss es nicht vor Gott verantworten. Aber ich muss es vor Gott verantworten, wenn ich Aufstand anzettel, wenn ich mich nicht unterordne, das muss ich vor Gott rechtfertigen. Und dann muss ich einen guten Grund haben, also Geschwister, lasst uns wirklich lieber ins Gebet gehen. Das ist das, was Gott uns, das ist unsere politische Aufgabe zu allererst und vor allen Dingen, zu beten für die Obrigkeit. Das macht sonst niemand. Und Gebet hat Kraft. Gebet ist eine super Power. Gebet hat Jesus dazu befähigt, den Weg ans Kreuz zu gehen. Die Gemeinschaft mit seinem Vater, im Garten Gethsemane, hat ihn stark gemacht dazu. Ein Engel Gottes kam und stärkte ihn. Und er wurde gestärkt dazu, diesen Weg ans Kreuz zu gehen. Aber er brauchte das. Er musste das tun. Er musste ins Gebet gehen. Das Gebet der Gemeinde hat Petrus befreit aus dem Gefängnis. Natürlich hat das Gebet ihn nicht befreit, sondern Gott hat ihn durch seinen Engel befreit. Aber das Gebet war etwas, was dazu mitgewirkt hat. Gott hat das gebraucht. Gott gebraucht auch unser Gebet in dieser Situation. Lass uns da nichts vormachen lassen. Es wird ja lächerlich gemacht in der Welt. Die Christen rufen zum Gebet auf. Ha ha ha. Aber das ist notwendig. Wenn wir das nicht tun, es wird schlimm enden mit diesem Land. Mit dieser Welt. Wir sind hier als Salz und Licht hineingestellt. Als diejenigen, die Gott die Ehre geben, die Gott suchen, die die geistlichen Zusammenhänge erkennen. Und die geistlichen Zusammenhänge sind sehr klar, Geschwister. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Wenn Gott Gnade schenkt. Also, lass uns hier noch mal im Text bleiben, weil das kommt gleich im Text. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und da steht gezeugte Kinder, geborene Kinder Gottes. Wir sind von Neuem geboren, von Gott geboren. Und wenn du ein Kind Gottes bist, geboren von Gott, dann bist und bleibst du ein Kind Gottes in Ewigkeit. Gott lässt seine Kinder nicht ins Verderben rennen. Gottes Kinder werden nicht ins Gericht kommen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht ins Gericht kommen. Für die Menschen bedeutet ihr Leben ein Zusteuern auf auf Gericht auf das Gericht. Aber für uns seine Kinder, die wir gereinigt sind durch das Blut Christi, die wir gerechtfertigt sind, durch unseren Glauben an Jesus, wir steuern nicht auf das Gericht zu. Gott hat gesagt, ich will dich nicht richten, du bist mein Kind. Ja, ich werde dich erziehen, ich werde dich durch bestimmte Situationen hindurchgehen, ja, du wirst auch Leiden ertragen, darüber lesen wir gleich, aber ich werde dich nicht richten, du wirst nicht ins Gericht kommen, du wirst ewige Herrlichkeit erben, wie wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes. Wer hat so einen reichen Vater wie wir? Niemand, keiner, wir haben den Herrn der Herren, den Schöpfer des Universums zum Vater und wir sind seine Erben, er hat ein großes Erbe für uns. Wenn du mehr darüber erfahren willst, lies die Bibel, da kannst du so viel drüber lesen, über das Erbe, was den Kindern Gottes gegeben wird. Hier steht es, Erben Gottes und Miterben Christi, also das, was Christus erbt, als der Sohn Gottes. Was erbt er denn? Das Reich, die Herrlichkeit. Er wird regieren und wir werden mit ihm zusammen regieren. das ewige Leben, die ewige Freude, der ewige Friede. Er ist der Friedefürst. Friede auf Erden, das, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen als Kinder Gottes durch den Heiligen Geist. Das ist Teil des Erbes Christi und das empfangen wir als Kinder Gottes. Jetzt sagt Paulus aber hier eine Einschränkung, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden, du wirst dieses Erbe nicht erlangen, du wirst nicht als Kind Gottes dich erweisen, wenn du nicht den gleichen Weg wie Christus gehst. Und das bedeutet für uns im Gehorsam gegenüber Gott gehen wir durch Leiden hindurch in dieser Welt. Wie gesagt, die Regierung sagt, bleib zu Hause. Das tut weh. Wenn du ein Kind Gottes bist und den Weg Jesu gehst, dann leidest du. Musst es aushalten, musst es ertragen. Du darfst nicht einfach darüber hinweg gehen. Nicht um der Strafe willen der Regierung willen, sondern um der Liebe zu deinem Vater willen. Im Himmel. Das sind so kleinere Leiden, in Anführungsstrichen, die manchmal sehr groß sein können in unserer Seele. Ich denke an Geschwister, die sich entschieden haben, den Weg Gottes zu gehen, was ihre Partnerwahl angeht. die jungen Geschwister oder auch ältere, die eine große Sehnsucht nach einem Partner haben. Aber die wissen, mein Vater im Himmel, er möchte nicht, dass ich mir einen Ehepartner suche, der Gott nicht liebt, der Jesus nicht nachfolgt. Der ist aber so nett. Aber nein, ich lasse es. Ich gehe und das ist schwer. Das ist ein Leiden für die Geschwister. Im Gehorsam gegenüber Gott gehen sie durch diese Leiden hindurch und werden am Ende mit verherrlicht. Wir in vielfältiger Weise, wie gesagt, dieses Leiden, es ist nicht nur das Märtyrer Leiden, derer, die wirklich um des Glaubenswillen verfolgt werden, dann ins Gefängnis geschmissen werden oder vielleicht sogar umgebracht werden, um ihres Glaubens willen. Ja, das sind die extremen Beispiele des Leidens Christi, so wie Jesus ja auch am Kreuz gestorben ist, in Treue gegenüber seinem Vater. Aber das Leiden Christi, das Mitleiden mit Christus, es bezieht sich auch auf das sich einsetzen, sich hingeben, Leiden auf sich zu nehmen, auch im Dienst an anderen. Sich selbst hinten anzustellen und andere höher zu achten als sich selbst, für andere da zu sein, sich nicht auf dem Sofa zu regeln, sondern zu dienen. Und jetzt, wo wir viele alle zu Hause sind, lasst uns echt miteinander dienen im Haus. Lasst uns einander zu vorkommen. Aber auch wie gesagt, sich Zeit zu nehmen für ein Telefonat mit dem, mit dem. Vielleicht auch da, wo du denkst, naja, so gerne rede ich ja mit dem ja nicht so. Der ist ja irgendwie anstrengend und nervig. Aber dann zu sagen, nee, ist egal, der freut sich. Es ist für ihn eine Freude, wenn ich mich bei ihm melde. Wenn ich ihm zeige, dass er wertvoll ist, dass er wichtig ist, dass er gesehen wird, dass er geliebt wird. Das sind manchmal große oder kleine Leiden, die wir mit Christus leiden, im Gehorsam gegenüber seinem Geist. Und Paulus sagt, wenn du den Geist Gottes empfangen hast und getrieben bist vom Heiligen Geist, dann wirst du in Situationen hineinkommen, wo du leidest. Aber wisst ihr, für Christus war das Leiden nicht das Vorrangige, sondern er hat auf die Freude gesehen, die dieses Leiden bewirkt. Ihn hat das angespornt, was dieses Leiden am Ende Positives bewirkt. Verherrlichung Gottes und Rettung von Menschen. Und so sollten wir das auch sehen. Das ist die Art und Weise, wie der Geist Gottes die Leiden dieser Zeit sieht und betrachtet. Das ist nicht das Entscheidende. Lass uns nicht auf die Leiden fokussieren, sondern auf das, die Herrlichkeit, die danach kommt. Und das sagt Paulus hier jetzt. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das bisschen Leiden, sagt Paulus. Und wir denken, oh Paulus, manche von euch sagen vielleicht, Paulus, du weißt nicht, was ich leide, wie schlimm es mir geht. Wenn du wissen willst, was Paulus alles gelitten hat, dann lies mal bestimmte Verse in den Korinther Briefen. Da zählt er alles auf, was er alles durchlebt und durchlitten hat. Wenn du seine Briefe liest, wenn du auch in der Apostel Geschichte liest, dann siehst du, Paulus mit Leiden wahre Gemeinschaft mit Christus ist, die Gemeinschaft seiner Leiden. Deswegen hat er sich nicht gescheut vor den Leiden. Er hat sie nicht gesucht im Sinne von einem, der irgendwie, wie heißen sie noch, die Leute, die gerne leiden irgendwie und da Freude dran finden, was? Masochisten, ne? Jesus war kein Masochist. Wenn du sein Gebet im Garten siehst, dann weißt du, Jesus war kein Leiden Freude. Aber sie haben die Perspektive gehabt. Jesus hat die Perspektive gehabt als Sohn Gottes. Es geht hier um mehr als nur dieses zeitliche Leiden. Paulus durch den Geist Jesu in ihm hat diese Perspektive gehabt. Es geht hier um mehr als nur um diese Zeit des Leidens. Es geht um die ewige Herrlichkeit. Und durch den Geist Gottes hat er so eine Freude daran gehabt, an dieser ewigen Herrlichkeit, die bevorsteht, die uns versprochen ist, die uns zugesagt ist. Die Realität war ihm so tief in seinem Herzen drin, dass ihm das Leiden in dieser Zeit nur kurz vorkam. Es fällt nicht weiter ins Gewicht. Ich achte das nicht als besonders wichtig. Und dann spricht er weiter über dieses Offenbarwerden der Söhne Gottes, was bevorsteht, was kommen soll. Johannes sagt es in Sammel, wir sind Kinder Gottes. 1. Johannes 3, wir sind Gott. Was für eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir sind es wirklich. aber es ist noch nicht offenbar. Man kann es uns noch nicht ansehen. Wir sehen aus wie ganz normale Menschen. So war es bei Jesus auch. Er sah aus wie ein ganz normaler Mensch. Nicht zu unterscheiden von irgendeinem bösen Sünder. Vom Äußeren her. Aber sein Herz war rein. Es war etwas in ihm, was in den anderen Menschen nicht war. Der Geist Gottes. Und die Kinder Gottes, es ist tatsächlich so, wir haben diesen Geist empfangen und es wird eines Tages offenbar werden, wenn er uns zu sich zieht, wenn er uns entrückt, wie Stefan das vorhin vorgelesen hat, an dem Tag, wo er seine Gemeinde zu sich zieht. Wir werden ihn sehen, wie er ist und dann werden wir in sein Ebenbild verwandelt sein. In einem Augenblick, sagt Paulus im ersten Korinther 15. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Hier sagt Paulus etwas sehr tiefsinniges, was selten so in der Schrift so ausgesprochen ist, aber er sagt, die ganze Schöpfung die gesamte Schöpfung, das Universum, die Erde mit all ihren Lebewesen, all das wartet eigentlich auf diesen Tag. Vers 20, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder der Vergänglichkeit unterworfen worden. Alles vergeht auf dieser Erde. Alles, es wird und es vergeht, es wird und es vergeht. ist alles dem Tod anheim gefallen. Wie gesagt, diese wunderschönen Naturfilme, man ist so begeistert über die Schöpfung Gottes und Paulus sagt, du kannst darin den Schöpfer sehen, diesen genialen Schöpfer, wenn du dich mit der Schöpfung befasst, kommst du nicht drumherum, einen ewigen Schöpfer dahinter zu sehen, den du anbeten solltest, den du Ehre und Dank bringen solltest. Wir sehen den Schöpfer noch, aber wir sehen auch das Verderben, was hineingekommen ist durch den Sündenfall in die Schöpfung. Nicht nur die Menschen, sondern auch die ganze Tierwelt, ganze Pflanzenwelt, alles ist von dieser Vergänglichkeit erfasst. Sie ist nicht freiwillig dem Unterworfen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Ja, selbst in der Schöpfung steckt eine Hoffnung drin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Mit der Verherrlichung der Kinder Gottes, wenn Jesus wiederkommt, wird auch die Schöpfung rund erneuert werden. Und das ist eine tiefe Sehnsucht, sagt Paulus, die in der Schöpfung drinsteckt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Eine krasse Aussage, die ganze Schöpfung seufzt unter diesem Zustand. Und wir Menschen überspielen das oft. wir versuchen uns davon irgendwie loszumachen. Wir denken, ja, die Schöpfung irgendwie, wir haben den Bezug zur Schöpfung verloren. Wir machen unser Ding als Menschen. Wir nehmen nicht wahr, dass die Schöpfung seufzt. Die ganze Schöpfung. Wir nehmen ja auch, dass Seufzen noch nicht mal unserer Mitmenschen oft war. Ihr Leiden. Wir versuchen das auszublenden. Und dann steht hier etwas von Geburtswehen. Und das ist genau das. Die Schöpfung, sie zieht sich immer wieder zusammen. Wie die Gebärmutter zusammengedrückt wird. Oder sich zusammen zieht. Und es ist schmerzhaft. Und wir sehen das immer wieder. Wenn ihr wirklich in die Geschichte hineinkommt, das ist sehr interessant, sich mit den ganzen Epidemien und Pandemien zu beschäftigen. Und es ist genau das, wovon Jesus spricht. In Matthäus 24. Lass uns das mal aufschlagen. Paulus spricht so universell von den Wehen, aber Jesus spricht von besonderen Geburts Wehen. Matthäus 24. Er spricht über das Ende, die Vollendung des Zeitalters, die Geburt des Reiches Gottes. Und die Jünger sitzen mit ihm auf dem Ölberg, 24 Vers 3, ein sehr spannender Ort, ein Ort, sehr geschichtsträchtig. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das alles sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Jesus beantwortet die Frage nicht so, er sagt nicht, dieses Gerede vom Ende der Welt, das Zeitalter, das ist völliger Quatsch. Das gibt es nicht. Das hat Jesus nicht gesagt. Er spricht sehr dezidiert von diesem Ende der Zeitalter. Wir glauben es nicht. Wir denken, es geht immer so weiter. Aber Jesus sagt, nein, ihr habt recht, es gibt so ein Ende des Zeitalters. Aber passt auf, lasst euch nicht verführen. Es gibt so viele Leute, die herumschwirren und irgendwelche Botschaften verkünden und sich selbst zum Christus machen, sei es ausgesprochen oder unausgesprochen. Die sagen, seht her, ich weiß was, ich zeige euch den Weg. Jetzt ist die Zeit gekommen. Er sagt, damals, und das ist 2000 Jahre her, diese Dinge, die dann, die Kriege und Kriegsgerüchte lasst euch nicht davon erschrecken. Diese Dinge müssen geschehen. Das ist noch nicht das Ende. Also er sagt den Jüngern, so schnell kommt das Ende jetzt noch nicht. Da passieren noch andere Dinge in der Zwischenzeit. Dann aber, und das ist jetzt Vers 7, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Und Lukas 21 fügt auch noch dazu, was hier Matthäus in manchen Handschriften ausgelassen ist, deswegen kommt es hier in der Elberfelder jetzt nicht vor, aber in Lukas 21 können wir es auch lesen, dass Jesus in diesem Zusammenhang auch von Seuchen gesprochen hat. Also Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich und das ist ein Ausdruck, der besonders ist. Er hat ja vorher auch von Kriegen gesprochen und Kriegsgerüchten, aber hier spricht er von in einem besonderen Ausdruck, ich fand es sehr interessant, wie Arnold Fruchtenbaum, ein messianischer Ausleger, ein jüdischstämmiger Christ, christlicher Schriftausleger, diese Wendung deutet als etwas, was typisch jüdisches, hebräisches Denken ausdrückt und einen weltumspannenden Krieg beschreibt. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich, das ist ein umfassender Krieg, und Arnold Fruchtenbaum sagt, ja, wir können das eigentlich sehen in der Geschichte der Menschheit, wenn wir hineinschauen, zurückschauen, dann sehen wir tatsächlich so einen Punkt vor 100 Jahren, den Ersten Weltkrieg und im Grunde der Zweite da auch dazugezählt, auch wenn es eine Zwischenkriegszeit gab von wie viele Jahre war das? 21 Jahre Aber letztendlich ist der Zweite Weltkrieg nur eine Fortführung des Ersten Weltkrieges. Wir sehen also einen weltumfassenden Krieg, Königreich gegen Königreich, Nation gegen Nation. Wir sehen, Hungersnöte sind immer verbunden mit Kriegen. Erdbeben, schwere Erdbeben, aber Seuchen vor allen Dingen auch. Und wir sehen, wenn wir zurückblicken in die Geschichte der Pandemien, dann wird es wird ja jetzt viel darüber berichtet, man kann ja auch einiges dazu lesen, wird immer wieder Bezug genommen auf die Spanische Grippe. 1918, 1919, direkt im Anschluss an den Ersten Weltkrieg ist eine riesige, schlimme Grippewelle um die Welt gegangen, ein heftiges Grippevirus woran zig Millionen Menschen gestorben sind, ganz genau kann man die Zahlen nicht benennen, es sind wahrscheinlich mehr, wesentlich mehr als die, die im Ersten Weltkrieg unter den kriegerischen Handlungen gestorben sind. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen, sagt Jesus. Und diese Anfang der Wehen ist ja eine Zeit, die sozusagen begrenzt ist. Eine Frau ist neun Monate lang schwanger und sie hat sich in ihrer Schwangerschaft so eingerichtet die ganzen Monate und dann kommt plötzlich der Moment und es ist tatsächlich auch ein plötzlicher Moment, der ist nicht geplant. Es gibt zwar diese Geburtstermine, wo man sagt, ja okay, dann und dann ist so normalerweise der Geburtstermin, man kann das ausrechnen, aber wann jetzt die Wehen einsetzen, das kannst du null planen. Es fängt einfach irgendwann an und die Frau wird davon getroffen. Jetzt geht es los und dann tut es weh. Dann kommt diese Wehe. Dann kommt dieser schlimme Krieg über die ganze Erde. Dann kommt diese schlimme Seuche über die ganze Erde. Und ja, Jesus sagt, das ist der Anfang der Wehen. Und er sagt in Lukas 21, das ist auch sehr interessant, sagt er über diese Zeit sehr zusammenfassend, diese ganze Zeit der Wehen bis hin zur Geburt. Es werden Zeichen sein, in Lukas 21, Vers 25, es werden Zeichen sein, an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde, Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogenem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Jesus spricht hier auch über die Himmels Erscheinungen, aber es geht mir hier in diesem Zusammenhang um diese Furcht, die die ganze Erde erfasst. Wir sehen das ein Stück weit in dem, was hier passiert. Dann sagt Jesus aber in Vers 28, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Geschwister, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Wir sind Kinder Gottes und wir können diese Zeit beurteilen durch den Geist Gottes. Wir können verstehen, dass dies Vorboten des großen Gerichtes Gottes ist, womit die Geburt des Reiches Gottes verbunden ist. Denn das Reich Gottes in seiner Herrlichkeit wird kommen, aber es wird ein Gericht geben über diese Erde, über die Sünde. Denn die Sünde hat keinen Platz, keinen Raum im Reich Gottes. Und so wird das Ende des Zeitalters damit beschlossen, mit dem Gericht über die Sünde dieser Erde. Und Paulus sagt uns aber und ermutigt uns, sagt, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, als seine Kinder. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Wir sind nicht bestimmt, in dieses Gericht zu kommen. Nein, er wird uns herausreißen aus diesem Gericht. Und trotzdem, bis dieser Tag kommt, sind auch wir mit eingeschlossen in diese Wehen. Wir leiden auch, mit den anderen Menschen auch. Für uns ist es aber nicht Strafe. Für uns ist es nicht Vorbote des Gerichtes, sondern für uns ist es ein Mitleiden mit Christus. Es ist ein Mitleiden auch mit den Menschen. Es ist ein Dienst an den Menschen. Wir sind zum Zeugnis berufen und Zeugen können wir nur sein, wenn wir auch mitleiden. Wir können nur Zeugen für Christus und seine Liebe sein, wenn wir genau so mitleiden, wie Christus mit uns gelitten hat. Und Vers 23 von Römer 8 springen wir noch mal zum Schluss hier zurück in Römer 8 wie er sagt in Vers 22 wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir sehnen uns nach dem Tag, wo wir tatsächlich geherrlicht wurde. Aber wir werden diese Herrlichkeit empfangen, wenn wir vorher mitgelitten haben. Und Gott, er ist unsere Kraft, er ist unsere Stärke. Durch seinen Geist werden wir befähigt, auch mitzuleiden. Wir von uns aus können das nicht. Wir laufen vor dem Leiden davon. Aber sein Geist befähigt uns, auch mitzuleiden. mit Christus in dieser Welt. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wir sehen es noch nicht. Aber wir haben diese Hoffnung, diese Gewissheit im Herzen, es wird kommen. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und Ausharren ist ein Wort, was sich durch die ganze Bibel zieht. Etwas, was Gott in uns wirken will, dass wir warten können, aushalten können. Das ist der Charakter Christi. Und den will er in uns formen. Das ist das, was jetzt in dieser Läuterung, in diesem Läuterungsprozess, in diesen Prüfungen, durch die wir hindurchgehen, was Gott in uns bewirkt, dass wir aushalten, ausharren, tragen, ertragen und dann auch mittragen. Menschen mittragen, Menschen lieben, nicht nur unser Leiden ertragen, sondern auch noch das Leiden anderer mittragen. Und dadurch werden wir Salz und Licht sein, in dieser Zeit, in dieser Welt. Also lasst euch ermutigen, Geschwister, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Wir müssen nicht vor dem Coronavirus oder vor den ganzen wirtschaftlichen Folgen wie so ein Hamster vor der Schlange irgendwie still und erstarren vor Angst. Nein, unser Vater ist der Herr des Himmels und der Erde. Er hat alles unter Kontrolle. Er ist der Herr der Geschichte auch. Er bestimmt die Zeitpunkte und wir befinden uns in der Zeit der Wehen. Das bedeutet für uns aber, dass der Tag unserer Erlösung naht. Wir können aufschauen zu Jesus, wir können voller Hoffnung auf den Tag warten, wo sich die Verheißungen Gottes erfüllen werden, wo wir mit Christus mit verherrlicht werden. Jesus, wir danken dir für diese Hoffnung, für diese Gewissheit, für diese Zuversicht, die du uns geschenkt hast, durch dein Wort, dieses Wort, was Fleisch geworden ist, dieses Wort, was durch deinen Geist in uns wohnt, die Zuversicht, die Hoffnung, die Verheißung, aber auch die Wahrheit, die uns frei macht. Herr, hilf, dass wir darin bleiben. Dein Wort ist die Wahrheit. Nichts anderes, Herr. Hilf, dass wir darin ruhen, hilf, dass wir darin Kraft gewinnen, durch diese Leiden hindurch zu gehen in dieser Zeit. Hilf, dass wir so viel Kraft gewinnen durch den Geist, dass wir nicht nur unser Leiden, unser persönliches Leiden tragen und ertragen können, sondern dass wir darüber hinaus auch das Leiden anderer tragen, mittragen können. dass wir das Gesetz Christi erfüllen, einer trage des anderen Last. Herr, wir sind so angewiesen auf die Kraft deines Heiligen Geistes und wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk deines Geistes. Wir danken dir, Vater, wir beten dich an, du bist gut und du tust Gutes. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns diesen Beistand gegeben hast, der in uns lebt. Lob und Dank sei dir, Vater. Amen.